Der menschliche Körper Schauen wir es uns an. Die Hauptteile sind wie folgt. Die Hauptteile sind wie folgt. Das ist der Kopf. Das ist der Torso. Es enthält die Hauptorgane. Das sind die Arme. Das sind die Arme. Das sind die Beine. Das sind die Hände. Das sind die Füße. Das sind die Füße. Das sind die Schultern. Das sind die Schultern. Das sind die Finger. Das sind die Finger. Dies waren die Hauptkörperteile. Dies waren die Hauptkörperteile.